Hallo zusammen, ich bin Jörg und heute reden wir mal über das Thema der beidseitigen Bedruckung. Die meisten von euch kennen die Verpackungen außen bedruckt, das heißt so wie hier, dass man das Logo, die Farben außen auf der Verpackung aufbringt. Eine gute Möglichkeit, weitere Informationen, spezielle Grüße an den Kunden, Logos oder auch andere Brandings unterzubringen, ist zum Beispiel die Bedruckung der Innenseite der Verpackungen. Hier zeige ich euch mal ein Beispiel. Hier hat der Kunde schön sein Logo noch mal mit aufgebracht, um seine Produkte entsprechend gut zu präsentieren. Bei der Bedruckung auf der Innenseite gelten die gleichen Parameter, die gleichen Vorgaben wie auch bei der Bedruckung auf der Außenseite, das heißt bei unserem weißen Karton kann auch die Innenseite farbig bedruckt werden, bei unserem Graskarton ebenfalls, bei unserem braunen und schwarzen Karton jeweils nur die auswählbare Farbe auf der Außenseite, sprich beim braunen Karton die schwarze Druckfarbe, beim schwarzen Karton die weiße oder auch die silberne Sonderfarbenbedruckung. Wie gesagt, mit der Bedruckung auf der Innenseite habt ihr die Möglichkeit, euren Kunden noch mal ein Unboxing-Erlebnis zu geben, euer CI entsprechend auf der Verpackung schön aufzuteilen, gegebenenfalls auf aufwändige Bedienungsanleitungen zu verzichten, weil die Aufbauanleitung auf der Innenseite der Schachtel aufgebracht werden kann. Die Möglichkeiten sind vielfältig und wie bei allen anderen Dingen gilt, bei Fragen einfach melden oder direkt auf www.madika.de